Hallo meine Lieben, Beleidigungen im Straßenverkehr können in Deutschland ziemlich teuer werden. Und welche Beleidigungen am teuersten sind, das zeige ich euch heute. Ich habe mir zwei Gäste eingeladen. Wir haben einmal Martin und einmal Martin. Fangen wir an! Du Schlampe! Du blödes Schwein! Du dumme Kuh! Hast du blödes Leid nichts besseres zu tun? Du Holzkopf! Weil du siehst! Was willst du, du Vogel? Weil bei dir? Weil du siehst! Weil du siehst! Zwei! Oh hey! Kaspar der Verein! Du, dann, du Wichser! Du. Du? Du Wichser! Dann, du kommst! Du gehst. 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 Einen Polizisten zu duzen ist in Deutschland auch ziemlich teuer. Sie hat wohl die Sonne das Gehirn verbrannt? Alte Sau, verfluchtes Wegelagerergesindel, dein fieses Miststück. Du Schlampern, 1.900 Euro. Du blödes Schwein, 450 Euro. Dumme Kuh, 300 Euro. Hast du blödes Leib nichts besseres zu tun? 500 Euro. Du Holzkopf, 750 Euro. Was willst du, du Vogel? 500 Euro. Bei dir piept's wohl? 750 Euro. Kasperne Verein. 1.000 Euro. Du Wichser. Nochmal 1.000 Euro. Am liebsten würde ich jetzt Arschloch zu dir sagen. 1.600 Euro. Einen Polizisten zu duzen ist in Deutschland auch ziemlich teuer. 600 Euro. Asozialer. 550 Euro. Die hat wohl die Sonne das Gehirn verbrannt? 600 Euro. Alte Sau. 2.500 Euro. Verfluchtes Wegelagerergesindel. 900 Euro. 900 Euro. Fieses Miststück. Und nochmal 2.500 Euro. Ihr seht also, es ist gut, wenn ihr diese Wörter versteht. Aber bitte nicht benutzen. Ich hoffe, ihr habt heute auch wieder was gelernt. In meinen Kursen könnt ihr Wörter lernen, die ihr tatsächlich jeden Tag benutzt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch begrüßen kann. Hört doch auch mal auf meine anderen Videos. Und denkt dran, drückt auf gefällt mir, teilt es und lasst vielleicht auch einen kleinen Kommentar da. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.